Heute sprechen wir über die besten Laminiergeräte. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Laminiergeräte. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Trotz seiner kompakten Größe hat dieser Laminator eine hohe Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen in dieser Studie vorgestellten Modellen. Dieser Typ kann pro Stunde bis zu 64 Blatt A4 Papier laminieren. Hier sind nur 3 Minuten zum Aufwärmen vorgesehen. Und die höchste Betriebstemperatur für Heißlaminierung beträgt 115 C, was ein ordentlicher Wert ist. Dieses hervorragende Laminator verfügt außerdem über einen Kaltmodus, der sich ideal für die Verarbeitung lichtempfindlicher Polaroid-Photos eignet. Nummer 4. Laut Nutzbewertungen zeichnet sich dieser gute Laminator vor allem durch seinen zuverlässigen Betrieb aus. Er staut nur selten Papier, überhitzt praktisch nie und eignet sich für Dokumente unterschiedlicher Art. Das maximale Papierformat für dieses Modell ist A4. Sie können dieses Guard-Kit verwenden, um Diplome, Verträge, Zertifikate, Bilder, Poster und andere Gegenstände zu laminieren und ihre Lebensdauer für die kommenden Jahre zu verlängern. Die Bilder oder Diagramme bleiben in den Farben erhalten, in denen sie erstellt wurden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Listen-Nummer 3. Diese kostengünstige Variante eignet sich für den Einsatz in einem kleinen Büro oder zu Hause. Mit diesem nützlichen Gerät können Sie Ihre Dokumente wie Ausweis, Zertifikat, Notiz, Visitenkarte oder zahlreiche Listen vor äußeren Einflüssen schützen. Auch das Laminieren wichtiger persönlicher Gegenstände wie Fotos Ihres Kindes, handgeschriebene Lesekarten und vieles mehr ist möglich. Der Laminator kann sowohl im Heiß- als auch im Kaltmodus verwendet werden. Nummer 2. Dieses Mehrzweck-Laminiergerät ist unter anderem ideal zum Laminieren von Dokumenten, Fotos, Karten, Listen und Visitenkarten. Auf diese Weise können Sie viele wichtige Dokumente vor Abnutzung, Falten und Schmutz schützen. Dieses Gerät kann Papier einschließlich Fotopapier bis zu einer Breite von 330 mm Papierformat A3 laminieren. Die Filmdicke kann zwischen 80 und 125 Mikrometer liegen. Dieser Laminator arbeitet schnell nach dem Einschalten, wärmt das Gerät in circa. Und die Nummer 1 unserer Liste für Lovies war die aktive Wachstumsphase des Unternehmens während des Informationstechnologie-Zeitalters. Dieses Unternehmen ist das Ergebnis von fast vier Familienunternehmens-Dynastien mit einem kombinierten 100-jährigen Bestehen. Lovies entwickelt sich ständig weiter, was zu qualitativ hochwertigen Produkten führt. Der bedeutendste Fortschritt fand in den 1980er Jahren statt, als das Unternehmen Trends erkannte und prognostizierte, dass der Computer für fast jeden Büroangestellten zur Arbeitskraft werden würde. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.